Hallo und herzlich willkommen zurück bei Warioz Orochi 4. Ok, ich habe jetzt neue Infos, habe jetzt mal alles durchgelesen und nachgeschaut. Es sind insgesamt aus Dynasty Warriors und Samurai Warriors 170 Charaktere in dem fucking Spiel, man. Wer zu hell spielt 170 Charaktere? Fuck man! Ok, wir gehen Begin-Marsch an von ihr Enemies. Auf 4 sollte man sein. Gut, dass wir auf 3 sind. Enttiring a strange world. Clear. Wer kommt schon im ersten Gebiet auf Level 4, man? Egal. Honda Tadakats, E. Nautra, E. Nautma. Er sind, als Sie, mit dem Hachstum, in den Koma-Kamac-Gam, in den Koma-Kamac-Gam, in den Koma-Kamac-Gam, in den Koma-Kamac-Gam. Wenn es der Koma-Kamac-Gam war, dann war es kein Welt. Die Koma-Kamac-Gamaten sind, die Koma-Kamac-Gamaten sind. Die Koma-Kamac-Gamaten sind, aber die Koma-Kamac-Gamaten sind. Hier ist es, woher? Der Koma-Kamac-Gamaten ist. Und das Koma-Kamac-Gamaten ist. Der Koma-Kamac-Gamaten ist. Also gut, die sind scheinbar in eine neue Welt gekommen. Durch irgendeinen Nebel. Als der Nebel sich geklärt hat, haben sie dann gemerkt, was the fuck, wo sind wir? Dann haben sie sich herumgefightet, hat man ja dann gesehen. Und dann kam der Typ. Ich glaube, das ist dieses Gemeinsame. Dieses Dynasty-Warriors zu Samurai-Warriors. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob die aus Samurai-Warriors oder Dynasty-Warriors kommen. Keine Ahnung, scheißegal. Ich glaube, es gibt jemanden. Ja. Ich glaube, es ist wie möglich. Ich glaube, es ist wie möglich. Es ist ein Koma-Kamac-Gamaten. Es ist ein Koma-Kamac-Gamaten. Ich habe mich nicht geblieben. 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 Hingehen. Hallo sagen. Weckmetzeln. Nein, Entschuldigung. Falsche Reihenfolge. Hingehen. Weckmetzeln. Hallo sagen. Und dann sich aufregen, wenn wir sie nochmal antworten. Hingehen. Wir sollten mal hingehen. Was ist los? Beginn Battle. Läuft gut. Was? Wer ist mit Wei? Ich kann das ganze System. Was? Was geht ab? Ich habe schon einmal angefangen und 300 kommen. Oder was? Oh, noch mehr Gegner. Wer hätte das gedacht, wo kommen die eigentlich alle her? Warte mal, Jungs da, ihr nervt, man. Guck mal her, da. Oh ja, kommt schon. Was ich nicht verstehe, ich sehe nur einen riesigen Tuch, mit einer Kampfrüstung. Und campen. Ich würde mir wahrscheinlich in die großen Pistole aber weglaufen. Und wenn ich sehe, dass der da 50 oder 100 Leute durch die Wegen schmeißt, würde ich erschrecken wir in die großen Schiffe und weglaufen. Ernsthaft? Ich hoffe, die haben alle Panthers dabei oder so. Ich meine, ich bin doppelt so groß gekommen. So, aufräumen. Aufgeräumt. Ja, da oben sind noch ein paar, da kümmern sich unsere Leute drum. Das machen wir schon. Soll ich eigentlich da hin? Ich glaube schon. Oh ja, ich bin der große Böse geworden. Ich werde euch alle umlegen. Wir kommen jetzt auch spezielle Fähigkeit. Uh. Hä? Okay. Dreizack. Speer. Okay. 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 Ich bin jetzt noch in die Forst, known as Magic. Nochmal Magic, allow you to turn the tide of battle in your favor. Nein, das ist ja okay. Okay, lass mich doch erstmal da rein, oder? Oh, hey Leute! Oh nein. So? Wo? What the fuck? Charge Magic, allow you to run it. What the fuck? Was hab ich mit dem Magiebräuchte? Nochmal. Change Magic. Oh. Oh. What the fuck? Oh. 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 Okay, ich bin schon... Ist schon vorbei. Ich hab Magie bekommen. Hallo. Hallo? Kommt her. Hier. Versammlung, Versammlung bitte. Versammlung. Lalalalalala. Ich sammle euch alle ein... Hey da war doch irgendwie mein Komandant da. Warte, das ist schon wieder das da, ne? You need magic. You might bring you down your characteristic of each character and there was huge amount of damage to the enemy enemies. Warte mal, ich sammle die wieder ein paar ein. Die sind halt schon hier freiwillig herkommen, weißt du? Was ist denn voll der Schwachsinn? Warte Leute, ich hab You need magic. Mal versuch was das ist. Wow, was für ne Verschwendung man. Warte mal, was können die anderen? Warte, das ist super power-raising, ne? Ups. Entschuldige, ich wollte eigentlich das machen. Fishing, mount! Press. Die ist magic called a horse. Uh! Was ist denn an die? Ehm, kreis. Oh, die hat kreis geackt. Ach scheiße, ich hab kreis versaut, ne? Und ein Pferd. Das ist doch Boxspring? Nein, nicht Boxspring, oder? Mach mal, ich spring mal runter. Was macht ihr denn jetzt? Mach mal, steigen wir ab. Ah, wechseln wir auf. Oh. Wow. Okay. Was kann er mit Dreieck? Oh. Ah. Ach so, wenn ich hereinstript, taucht der Speer auf. Mach mal. Hey, können wir aufhören, mich anzugreifen? Hilfe, die wollten mir ans Leder. Warte mal. Du hast viel coolere Magie wie die anderen. Alle schön zu mir. Alter, ich bin der Obersurfer hier. Das ist so geil, Alter. Was heißt die Kombos? Striking enemies with attacks such a normal attack. Ich bin der Obersurfer, ich bin der Obersurfer. Ich bin der Obersurfer. Ich bin der Obersurfer. Ich bin der Obersurfer. Warte mal. Nein, das wollte ich nicht. Huuuui. Nein, ich hab's zweimal eingestellt. Scheiße. Egal. Nein, das war schon der falsche Scheiße. Scheiße, ich will mal 3-Eck drücken und drückt mal 4-Eck. Ehhhhhhhhh. Ich will mal meinen großen Dreizack rausholen. Bitteschön. Autsch. Sehr der Massenangriff. Wie viele Gegner. Oh mein, da ist noch einer. Ich kriege mir überhaupt nicht mit, was bei unten abgeht bei denen. Aber scheiße drauf. Wir sind hier auch im Netz. Kommt mal schön höher. Dann müssen wir irgendwie ein Glas Schiff machen. Haben wir jetzt hier sauber gemacht? Ach Leute. Wer hat irgendwie den Dreck liegen lassen? Boah. Wie viele Gegner sind da hinten. Machen wir mal einen Wechsel. Oh, ich hab in den falschen Loch gedrückt, ne? Boah, Destromener sein. Er hat mich voll. Wow. Aber das war gut. Mal schauen, was hast du da? Was? Das ist schon geil. Er hat ja keine Technik, aber sie irgendwie nicht viel ab. Kann das sein. Und schon Ladies. Ich kann ja nicht aufhören, Alter. Ich muss die alle töten. Na, meine Mama beleidigt. Oder wahrscheinlich auch nicht. Was? Er hat ja nie ne Schau. Du, 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 du. Hey. War der Base Cap so schnell tot? Oder war der schon verletzt? Äh, scheiße. Ich kann den nicht mehr. Komm ich jetzt da hin? BOMBAR DEMO! Der Spelling in den enemies is magic. I can also use magic to attack. Such attacks can be difficult to handle, but they will... The second enemy is magic, was it? Ach, das war gerade so ein Ding, oder was? Magic rivalry! Oh, ich habe keine Mühe bekommen. Warte mal. Komm mal her. Hey, ich will mal magic super attacke machen. Ach so. Warte, warte. Hey Ladies. Ich habe schon mal einen geilen großen Freizeichschuh. Ach komm, jetzt sind alle wieder alle tot. Immer dieses kleine... Kommen die alle her? Weapon drops. Some enemy officers may drop a weapon box. Oh, ein Geschenk. Hallo? 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 Oh, hey. Hast du mal eine Makusha? Mach mal, mach mal Chissify. Hör auf, es ist wegzumlocken. Jetzt habe ich es endlich mal gemacht. Da kann man das einwirft, mit einem fetten Klick hinterher. Bei der Entschuldigung kannst du bestimmt mal ein Rückschlauch aufmachen, Alter. Hey, die war doch aber viel süßer, Alter. Kann ich die haben? Dies wird besser. Hier ist der Käpt'n, da ist der Käpt'n. Oh, wir gehen immer wieder auf den und... ...halt nein, falsch. War das gerade ein Kombiangreif? Hä, was ist das für ein Held? Schleiß dich niemals bei mir an, Junge. Sonst hole ich meinen fetten Speer raus, Alter. Und stecke ihn da rein. Okay, das war zu zweit. Oh mein, irgendwie wird das gerade noch viel zu tun. Egal. Egal. Ey, wie ihr mich halt verfolgt, was bist du ein scheiß Stark oder so? Ey, wo kommen da jetzt plötzlich zwei her? Habe ich das gerade kombiniert? Egal. Habe ich das gerade gemacht, aber es ist mir sein. Es ist mir ein wenig zu erzählen. O, das ist... ... wie ist das Kallenge ist? War das nicht mein Vorschlag? Jemanden finden? Jemanden verprügeln? Fragen, was los ist. Ach so, die sind alle in eine Welt gezogen worden. Was ist das für eine Aussage? Das ist komisch, oder? Weißt du, die Aussage gerade, ja, wir sind aus verschiedenen Zeiten und sonst irgendwas. Das ist schon komisch, ne? Könnte ja irgendwie komisch sein. Und die alte kriegt halt wieder gar nix mit. Es gibt keine besondere Zeit, die Menschen in einem anderen Ort sind. Das ist eigentlich gar nicht so. Wir haben uns in Mio-Nasen gebrochen. Ich glaube, das ist so, wie er sich verletzt hat. Hmm... Aber... ... 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 Das ist nicht so, dass wir uns nicht mehr mit den Verlangen haben. Ich bitte nicht, Herr Son-Kern. Ich bitte, Herr Son-Kern. Wir werden mit dem Team. Son-Kern ist dein Team. Son-Kern ist dein Team. Ich muss zugeben, es bockt sich irgendwie. Ich muss zugeben, es geht um mich. Ja, wenn Tadakatsu kommen wird, dann wird das Gefühl, dass Tadakatsu sein wird. Aber das stimmt nicht. Wir haben auch schon so zusammengearbeitet. Hm. Ich denke, dass ich das erste Gefühl hatte. Ungewöhnlich. Wahrscheinlich die anderen Roshi-Teile. Chapter 1 Scenario. Melevolen Star. Oh, das war so richtig. Erzähl nicht so viel, du hast nur eine Hand, die andere ist irgendwie weg. Also vom Bild her. Skills and Upgrade Levels. What the fuck, Alter, und da hast du 170 davon? Infolok, Party, Partey, Formteam, Attack Types, Power, Technik und Speed. Ja, der ist garantiert Power, Alter, schauen wir doch an. Was Godding. Hä? Noch keine Ahnung. If you strike an enemies, this is airborne, you can deliver one with damage. Weiß ich auch schon, Attack Types, Speed, egal. Kann ich nur mehr mitnehmen? Support. Wie nur Support. Die sind aber alle auf 1, ne? Kann ich die da oben jetzt einfach mit denen austauschen? Ich bin gleich, Renston. Ja. Ich kann mich nicht mehr sagen. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Hä? Ach wie? Ich kann dich so supporten? Warte, wie war es jetzt? Ich komme gerade nicht mit. Wir halten unsere Leute mal. Upgrading Warum? Bist du mich verarschen? Es gibt 170 Charaktere und die haben ein Skillbau. Das war Schuzeck. Increased Attack. Increased Attack-Action. Da brauche ich zwei Skills. Okay, cool. Upgrade Levels. Growth Points. Ich kann die einfach... Ich kann die einfach hochlevel? Warte mal, machen wir jetzt den 6er voll? Ne, dann muss ich nochmal Level ab. So. Ich weiß, ich kann die einfach upgraden, man. Ich glaube, ich taufe die alle trotzdem gegen den anderen aus. Upgrade Officer. Nein, Party. Party. Oder nehmen wir den mit? Ne, der schaut doof aus. Nehmen wir den mit. Was bist du für einer? Health Attack and Defense. Der ist alles. Ne, die sind alle alles. Hä? Ich dachte, es gibt Schnelle und... Ah, warte da steht's. Was ist das? Ich hab keine Ahnung. Schnell? Stärke? Irgendwas anderes. Äh, wo ist die Tussi hin? Hallo? Ich bin. Ich habe keine Ahnung. Danke. 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 Okay, hat er wieder Event? Wir kommen mit uns. Ja, bitte. Officer in for Mock Battle. Upgrade. Ja, Mock Battle. Wie kann ich jetzt da alles nehmen? Oh scheiße, ich soll jetzt vielleicht mal aufhören. Oh, was ist das für eine? Das ist ja voll die geile Attacke. We have the battling after this normal one, so use normal magic. And the movie after is this one, switch combos. Woah. Ich hab jetzt wieder nur normal. Oh Mann. Ah, das letzte. Was war das gerade? Hat er mich verarscht? Ich finde diese Attacke immer noch so geil. Äh, warte. Zurück. Charge Magic. Unic Magic. Cardiacus. Ist einfach nur ein Spermahn, hör auf rum zu spacken. Return to Camp. Okay. Ah, dann bedanke ich mich jetzt wieder mal bei euch fürs Zuschauen. Oder mal wieder bei euch fürs Zuschauen, so rum. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Warriors of Rashi 4. Möcke das Gemützel weitergehen. Macht's gut und Servus.